Ey, bei mir läuft's? Ich bin Förster, Jungs! Ich hab meine Berufung gefunden. Das Land ist mein Leben, die Tiere, meine Heimat. Oh shit! Alter, Demi geil! Oh! Demi! Demi! Oh shit! Nein, er hat's geschafft! Fuck, 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 fuck! Hallo! Na ha ha! Let's go! Oh my gosh! It's so fucking um... Alter! It's a cannon! Ha! Achtung da! Oh my god! 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 Ich kann nicht ins Spiel! Ja! Ich würde sagen, wer ist von uns am ehesten? Der Morty! Halt schon den Itri irgendwie, oder? Ja, eigentlich nicht so. Den Itri! Nee, ich bin Gandalf! Okay? Aber der kann keine Marken einsammeln, er wills! Ha! Weil er dumm ist! Hehehe! Ha! Oh, oh, oh! Gifus! Ach! Ha! Ha! I don't rush me! I don't rush me! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh, wie der Diegel! Also! Shit! Bewegliche Ziele gehen, aber wenn er steht, nö! Ich spiele das Bike an dir! Okay, okay! Komm, Kumpel! Ete, das ist ja bunt! Kann das auf... Alter! Nein, 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 nein! Ich komm jetzt mit meinem super krassen Auto! Nein, wirklich! Ich spring runter, Deiner! Nein, nein, ich spring! Alter! Nein, mein... Ich hab... Wie hab ich den Kopf angeschlagen? Oh! Oh! Ah! Ich bin doch da! Hannover? Ist einfach nur witzig! Boah! Alter Speedflick! Komm, komm! Oh! Oh Gott! Oh Gott! Achtung Speedflick! Drei, zwei, eins! Äh... Speedflick würde ich aufpassen, wenn nicht du wär! Ich will... Ich will sterben, nur! Achtung! Shit! Warte, ich muss auf die andere Seite! Alter! Es ist kaum so! Ja, du... Ich wollte erst auf die andere Seite! Sorry, Dankschuld, aber jetzt bist du der, bruh! Für den! Dankschuld, du bist tot! Dankschuld, du bist... Du bist dünn, Dankschuld! Nein! 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 Oh! Perfekte Scheiße! Er ist oben! Speedflick ist oben auf dem Ding! Speedflick! Ich bin deutsch! Ich hab doch gesagt, da ist jemand! Idris, geh mal zur Seite! Ich hab dich! Mein Auto! Mein Gott! Tschüss! Alter, was machen wir denn jetzt? Ich hab ein Auto geklaut! Idris, fahr am besten wieder hoch! Die ging dir nicht! Nein! Ich bin... Ich muss mir was in dein Auto zu schützen lassen! Boah! Alter, Larry! Ich glaub wir sind immer richtig, ne? Ah das ist aber der coolere Zug Oh shit, oh shit, oh shit, nein, nein, nein Ich lebe noch, ich lebe noch Ah what the fuck Okay Oh Idris, wie du gemacht... Idris hinter dir, Idris hinter dir Der Strepo... Der Strepo... Da liegt's, ich krieg Krebs Schiesel, Schiesel, Schiesel Schnell, Schiesel, steig aus Nice Richtig geiles Ding Schiesel Nicht auf Schiesel, nicht auf Schiesel schieß Warte, ich hol dich Fuck Jungs, du musst das Schiesel rausholen Schiesel Schiesel Okay, oh fuck, jetzt bin ich auf der Scheiße Nein Schiesel, nein Ja, ja, ich schaff's Ich bin da Oh Gott Schiesel Ja Vielleicht kannst du mal anfangen, auf Twitch zu streamen Hehehe Hey, hast du mal überlegt, auch YouTube zu machen? Deine Streams sind ja eigentlich, wenn ich ehrlich bin, ganz in Ordnung Und von Unterhaltung her ganz gut Und darum, YouTube wäre glaube ich genau deine Adresse Hehehe Ich schick dir mal einen Link, falls du YouTube nicht kennst Ja Ja Was ist das denn hier? Das nehm ich doch mal mit Das schmeckt aber gut Das schmeckt aber gut Moppel, ich steig grad mal bei dir ein, ich muss Oh, schau Ich versuch's, ich versuch's Oh 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 Yeah Ähm Nein, ich bin jetzt ganz Ich bin ein Fisch Ich bin ein, ne ich bin da Alles gut Ich bin kein Fisch übrigens Ist das Teil mortet? Oh nein Seht ihr, seht ihr, seht ihr durch Headshot, headshot Headshot Oh mein Gott, oh mein Gott Vor dir, vor dir, Daki, vor dir Nein Oh, 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 oh Mann, verkau's Scheiße Was macht ihr denn für ne Scheiße da? So was kann einen echt stören Mich nervt, so'n Stumper haben wir ja auch, ne, klar Muss man den erst wieder anspitzen und so ist zum Kotzen Oh, oh, oh Oh, oh Achtung, Achtung Nein Manu, töte den, töte den Das sind meine vorne Ideen Idris, siehst du mich? Über dir? Ja, ja, klar Ich darf Ich darf, dacke Ich bin ein hektisches Tier Sehr gut Äh, Demi, Vorsicht, das Zeug Oh Nice Demi Oh, fuck Alter Demi Oh, er hat sich geopfert Oh, shit Ich wär fast runter gefahren Ich bin, alles cool, alles cool Ich bin drauf Ihr wollt mich umbringen Ich weiß nicht, wie gut ich... Ist es mir die Wurst abgeknickt? im stream ich drehe mich um denn das gibt es es ist ein los nein oh da sind zwei hallo hallo someone like you i wish nothing but the best for you to don't forget me i remember you said sometimes hitler so los chat sing mit mit feuerzeug bitte lass mal einen mitte durch ich will ihn unten bitte tasern danke nein what the fuck man aber äh frauen sind toiletten ich zieh drei leute und du wärst dann der das ist ja echt man man ja ich glaub ja cool hat das eh noch nie gemacht man kann ja auch ein zweiter kund machen und kein sagen dass es ein zweiter kund ist ja er hat ja auch nicht gesagt dann hackt aber adrian deine ep und weiß dass das du bist und dann waren das deine komplett ep bam und deine mutter auch zack ja tja nochmal eine super disco für saikusa heeeh scheiße der ist grad weg gehüpft oh fuck saikusa das wird bitter ne was ist das für eine scheiße ich will fahrrad fahren jetzt der verdächtige wurde als kriminär mit dem straßennamen speedfreak identifiziert der verdächtige wurde als kriminär mit dem straßennamen speedfreak identifiziert stecken 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 oh denk dran schön hupen für die angst das angst kriegen ha lächerlich als man hier treffen könnte hormven halt nino uhr 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 Dos Darley uuhr aussie Ich rammel neben mich. Zwei. Eins. Er kommt zu mir gefahren, ne? Achtung Idris, it's behind, ja. Einladung, Jungs. Ich muss online erstmal wieder beitreten, weil ich rausgefunden bin. Der wird sie. Speedbreak! Oh shit! Nice! Jan? Ja? Was? Ein Kusser! Hohe Weihnachten! Alter, vielen, vielen Dank! Nice, man! Emerald Handschuhe raus, danke! What? Leute! Hat er nicht gemacht. Vielen, vielen Dank, Alter! Ultrasweet Knives, Mann! Das freut mich! Die sind richtig geil, Mann! Dankeschön! Darum hast du letztens gefragt, ne? Welche würdest du nehmen? Jan, die sind übrigens für dich, nicht für den Giveaway. Die sind so richtig für mich zum mit dem Knife zusammen in der Hand halten. Die sind ja richtig sweet! Dankeschön, Mann! Das freut mich echt! Frohe Weihnachten! Vielen, vielen Dank! Vielen, vielen Dank! Musik Wie viele Beneاط Zigne